Hey du, Schatz, wach auf! Was ist denn los? Schall vor gerade links nach oben und sag mir, was du willst. Ich sehe Millionen von Stimmen. Und, was denkst du jetzt? Tja, astronomisch gesehen sagt es mir, dass da oben Millionen von Galaxien und Billionen von potenziellen Planeten sind. Ja. Astrologisch sagt es mir, dass der Saturn im Löwen steht. Ja, und? Zeitmäßig gesehen sagt es mir, es ist ungefähr 3 auf 10. Ja, und was kommt denn? Süsste, theologisch sagt es mir, es ist offensichtlich, dass wir ziemlich klein sind. Nur der Herr da oben, der ist allmächtig. Ja, ja. Und meteorologisch sagt es mir, dass wir morgen einen schönen Tag haben werden. Ja, hoffen wir doch. Und, was sagt dir denn immer? Tja, praktisch gesehen sagen es mir, die haben unsere Zeit geklaut.